Wo sind wir denn jetzt hier? Muss ich mal kurz reinschauen. Wo sind wir denn so? Wir waren in Tannenheim? Waren wir da schon drin? Jo, wir waren da drin. Wir hatten hier den Contract, App-Knechts zu jagen. Für 690, was vollkommen okay wäre. Ich will mal kurz in unsere Company reingucken. 50er Helm sind das. Das ist halt auch alle nix wert. Das lohnt sich nicht so sehr, das zu reparieren. Wir haben noch einen besseren Speer, aber ich glaube, wir haben... Oh, wir haben Zug, ein Level-Up. Das ist nicht so gut, dass der keine Defense kriegt. Wir könnten HP und Inni nehmen und dann könnte er sogar irgendwann ein Nimble-Tank werden. Vielleicht. Mal sehen. Perk, auf jeden Fall hier mehr HP. Let's go. Rikki hat ein Level-Up. Alter. Ja, dann HP. Fatigue. Range-Defense ist eigentlich nicht so wichtig normalerweise. Aber einen Einser oder Zweier zu nehmen? Ja, komm. Nimm einen Einser. Er hat das Flail-Mastery. Er ist schon ein ziemlicher Frontliner. Wobei er viel zu wenig Fatigue hat. Achso, ja, da war das Problem. Da war das Fatigue-Problem bei ihm. Äh... Was denn? Brawny, Fatigue-Finality von Variable Armor und Helmet ist Reduced bei 30%. Ich glaube, das werde ich hier machen müssen. Sonst kriegt er ein Fatigue-Problem. Dann hat er nämlich wieder 52. Okay, ich habe mal ganze 4 bekommen. Das ist nicht so geil. War vielleicht nicht die beste Option. Und Jean Bannerlord hat auch ein Level-Up. Ja, du wirst auf jeden Fall mehr Resolve haben. Ähm... Ein bisschen HP wäre auch schon... Wobei du bist ein Backliner. Bist ein Backliner. Resolve mich auf jeden Fall mit. Ein Dreier auf Hit-Chance wäre schon geil. Jetzt die Frage, nehme ich den Dreier auf Range-Defense mit? Damit ich nicht irgendwie abgeworfen oder abgeschossen werde? Oder... Ich nehme einfach noch mehr HP mit. Ich glaube, mehr HP wird das geilere. Damit wir auch wirklich überleben, wenn ich unser Bannerträger down geht. So, da du unser Bannerträger bist, kriegst du auf jeden Fall Polar Masterina. Genau. Dann kannst du nämlich auch laufen und hitten. Das ist geil. Eigentlich können wir euch so ein bisschen hierhin stellen und du machst es aus der Mitte raus. So, wir sind ein bisschen verletzt. Ja, also... Da muss noch ein bisschen... Eigentlich hat Sono sich inzwischen mal nen... ...nen Beinnahmen verdient. So, Sonos ist Stunning, ist er jetzt. 1000 Cuts? Ups, habe ich das T? Hatttes H groß geschrieben? Ricky, who Knows? er weiß auch wo die nase ist nämlich genau rotfäder xeli xeli ist halt wirklich einfach nur steht halt rum gerade also das ist halt echt diese kollabierte lunge ist echt ein shit so genau wir wollen pelze und salz verkaufen also wer stadt ganz gut als nächstes und da wir auch noch verletzt sind würde ich die diesen kampf gar nicht machen damit ich erst mal zu kann zu gehen glaube ich auch mein erz feste meistens bessere preise haben wir gehen erst mal zur granitschanz und guck mal wie gut es da den leuten geht wir brauchen 1000 supplies scheiße da habe ich jetzt nicht aufgepasst da habe ich nicht aufgepasst günstig ist günstig das schon mal gut auch ständig wo habe ich wohl nicht gekauft ja ihr habt ok preise auf jeden fall plus damit essen noch mal genug dann nehmen wir hier immer ordentlich tools und supplies mit für 200 kann man die schon ganz gut kaufen spiel one hand 25 bis 3 35 das ist und die in intermediate stufe viel weniger fatig der drei aber ist auch weniger effektiv gegen das ist so ein koppel ding ne also jedoch reparieren weil die scheint hier was wert zu sein wenn das ist auf 72 254 wert und das auf 100 bei 33 noch wert er ist nicht wert 129 160 auf 80 und wurden schielt das kauf kaufen ja und wurden schiel diese komischen entler bei diesen fast schlechter ist ein base maces die dinger auch schlechtes schielt euch kauf verkaufen ich kauf verkaufen ich glaube ich auch nicht viel wert hier den kram alles raus da ja so hier das haben wir noch genau die silver bowl haben wir noch bekommen und wenn die weiß aber kein kraft im material nee nee ok na ist das nur bei 4800 immer wieder was mir leute gut drauf sind wir haben weapons mit hier drin er gäbe es noch den richtig fetten speer und normale späer hat hat nur 70 effektivitäten der 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 war spiel die bohr spiel hat schon 95 und der war der feind spieler hunderte koste wo auch 3.000 war ich schon arming sort das fall ist schon das nächste level von normalen schwert 20 75 20 70 finde ich halt doof 30 40 um 30 40 die maximale fatigue geht hoch also 20 80 jährlich wieder das wollen wir eigentlich irgendwann haben die gleiche fatigue die falchern nummer fünf mehr und bessere effektivität 33 55 50 bonus ist dann in naja es ist irgendwas was halt mal bräuchte hier denlively mehr atb bm bm Hämmer habe ich nicht drin, Flay habe ich schon, Whip, Fighting Eggs, hier gibt es dann auch fette Zweihandsachen, aber bin ich irgendwie nicht so scharf drauf, ehrlich gesagt. Wir sind ein bisschen an dem Punkt, wo wir jetzt die Frage haben, wo wir jetzt die Frage haben, kaufen wir hier einen Gefolgsmann, den Scout, einfach zum schneller Traveln, das wäre, glaube ich, ganz gut behandeln wollen, oder den Quartermast oder den Scavenger, den könnte ich jetzt kaufen, da bin ich immer mal in 2000 Sicherheit, ich glaube, ich nehme den Scout-Mast für das schneller Traveln, Revenge Sickness and Accents Due to Terrain, finde ich schon mal auch gut, ja, let's go, so, bei euch gibt es, achso, Workshop ist hier, Workshop, Goat Pens, Milk, Witches turned into, achso, Cheese, deswegen verkaufen die hier diesen, diesen Goat Cheese, okay, got it, beim Armoury würde ich gerne nochmal das bessere Schild, würde ich gerne noch mitnehmen eigentlich, dann gehen wir hoch und machen die Quest mit dem Fighting, würde ich sagen, das ist eher ein Range Shield, das will ich, glaube ich, gar nicht haben, so sehr, gerne hier genug Fatigue von den Leuten, ja, du nicht, ich glaube, das ist auch Fatigue-Gong, mit 14, 10, ja, das ist sogar nochmal 4 mehr, na, ich sehe dir dann du wohl, ne, so, auch falscher Knopf, ähm, ja, doch funktioniert alles, aber ich bin ein bisschen hell geworden, wieso bin ich denn jetzt zu hell geworden, dann brauche ich ja auch keine Lampe mehr, ähm, wir müssen mal kurz hier in die Kamera einstellen, müsste mal ein bestimmtes Fenster aufmachen, was ich am besten halt darüber kriege, so, so, jetzt wollten wir nach Tannheim, um die Quest zu machen, um noch ein bisschen zu fighten, wo sind die Spuren, Hunter und Webknechen, sowohl zu Rontanheim, muss ja hier oben sein, oder? Oh? Okay, keine Spuren in irgendeiner Form, ist auch hier unten, okay, habe ich mir schon fast gedacht, dass es hier unten auch zählt, auch wieder hier oben reingerannt, Get your own Barrow, okay, das hat man schon, ja, keep your eyes peeled, das ist so eine Warnung, hey, das ist ein Spinnenlist, und die überfallen hier, Leute, da sind es zwölf Webknechts, oh, wir sind nicht ganz gehealt, ne, hier ist eine Initiative, das geht, glaube ich aber, wir essen uns doch richtig sicker, wir hatten noch einen mit drei Stars, das ist, das Mubel ist das, das Schwertchen, ist auch Tag, also wir können da, denke ich, rein, Let's go, lots of Webknechts, Wir haben hier einen Höhenvorteil, Wir werden sie auf jeden Fall nicht überfallen, das ist schon mal auch ganz gut, Sie sind alle vor uns dran, alle vor uns dran, also, sie sind über den zweiten Move, Das heißt, wir brauchen auch nicht warten jetzt, Können eigentlich direkt loslegen, 56er, ja, das sind glaube ich alle 56er wahrscheinlich, Schade, Du willst noch mal kurz warten, damit wir den Step kriegen, 53, ey, reichen echt gut aus, Ähm, gibt's hier irgendwas, das ist geblockt, okay, Okay, Dann wartest du noch mal kurz, Ey, hier sind halt keiner ran gekommen, ne, Wir müssen dann hier einfach nur die Seite weg machen, Da ist immer schon mal einen dauernd, Und sind wir 13, Aber sind gerade zwölf, ah, da gibt's wieder Eier irgendwo, Ja, ja halt jetzt so näher den stunner nehmen zum ransteppen sehr schön sehr schön rotfäder du übernimmst die seite mit der spiel übernimmst die seite mit nach spiel würde ich sagen und du gehst hier ran aus dem noch einer rein finde ich geil und aber die hauptmacht das muss man so um verlegen gleich haben wir hier auch ist auch noch hier rein vor der company mitten reingesetzt perfekt geht du mal hier hin unser schwert meister sehr schön fix das hat ja nicht so gut funktioniert das ein spinn ist eklig damit ah der hat schon in den spielberg das sehr geil dass er weiter spiel wollen kann stellen sind da unten das ist richtig schlecht unsere road feder zu umstellen wir können dem nachbarn helfen freizukommen wieder freikommen jawohl wir sind uns nicht mehr glaube ich schon nach unten bewegen um denen wieder anfangen zu helfen ach so jetzt kann kein gegner dann jawohl gestunt das hilft auch was dann gehe kann ich noch pieksen das war der ricky wenn ich das mache kann ich halt nicht mehr erspare aber xilie ein bisschen attack weil dann gibt es einen attacker weniger kann ich den noch darunter stoßen achten 86 komm schon jawohl dann bist du nämlich auch weg müsst ihr mal ran steppen ist mit zwei text schwierig zu machen ich töten oder will ich versuchen den zu töten die hallo schon ja ich bin ich war auch gestern um neun angefangen das ist meine zeit äh ich räume hier gerade wieder mit spinnen auf die spinnen mich zweimal wieder ein aber bis jetzt hat das noch nichts so schlimmes gemacht was geht rein und geht wieder raus ist ja auch spannend ist ja auch spannend ok hier sind auch noch welche jetzt muss ich das erste mal vergiftet das ja eklig das ist ja eklig soll wohl nachladen wir wollen attacken schade da ist ein skill issue so wir machen dann erstmal dich weg ok mach dich nicht weg das schlecht wir helfen bei ihm weg machen und mach dich weg Alter 100 gerollt und 71 gerollt er jetzt jetzt geht's los jetzt kommen die probleme du bist schon vergiftet deswegen machst du jetzt eine shield wall damit du nicht noch mehr hits abkriegst wir helfen den leuten freizukommen damit wir uns nicht mehr vergiften du wirst wir können hier noch rein steppen 53 jawoll ricky kann es halt immer noch ricky kann es halt noch 62 ach komm schon 96 sind 87 hallo ja du xan haben du gloom heben ähnliches spiel streamer wunderschönen guten tag so gloom heben ähnlich ist es gar nicht finde ich persönlich aber das ist vielleicht eine ansichtssache ok haben wir den schon mal auch weg gesnackt äh ich würde eigentlich gern dich töten jawoll haben wir den weil der hier ist noch eingesponnen das wäre echt blöd wenn der hier angreift dafür ist es zu einfach wow kommt auf die schwierigkeit von gloom heben an die man einsteht würde ich mal sagen wunderschönen guten morgen und schon und dann jedenfalls wie geht's euch oh shit oh 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 shit wait a second warum 35 rolled 4 40 rolled 13 Alter ist doch nicht euer ernst man das ist schlecht komm mach weg danke sacred das war jetzt notwendig damit komme ich gerade nirgendwo hin damit komme ich gerade nirgendwo hin damit komme ich gerade nirgendwo hin ricky macht doch nicht so ein mist müssen die leute abstechen ok das ding rennt dann können wir hier hier hingehen oder wir schubsen ist weg einfach hier geh weg so jetzt nehme ich nicht unseren range tut dran kann bei dir bei mir nicht ich spiel auf minus eins glaube ich sogar oh du stanz den einfach wieder und dann prügelt du ihn nochmal ok wir verprügeln ihn nicht ok da ihr mich hier immer wieder fettig macht oh scheiße Befreiung ja road fader macht dann hier mit du rennst das ist mir so wurscht dann kann ich hier hin steppen und den töten damit er meinen mein zwoobel das überlebt du bist mein bester mann eigentlich und ist im zweiten besuch dann total easy abzuschließen ja das weiß man halt meistens auf ein zug kommt ne ist schon ein unterschied so du kannst dich doch hier hinstellen und den angehen ah schade auf meine leute einzuspinnen ihr miesen 79 69 79 79 und treff wieder nicht unfassbar 83 gerollt wieder 79 aha so wir sind noch im nahe kampf das heißt step step schade ähm ja nimm mal hier hin und rück wie du haust nochmal zu boah geil 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 äh da können wir unseren blut befreien unseren nahkämpfer so und du bist jetzt hier noch du hast eigentlich noch alles an hp und so da fliegt das arme kleine spinnenköpfchen hier so wie ja du versuchst weg zu rennen du auch du darfst aber gar nicht weg laufen ähm ja felix befreit dich mal oh es hat sich befreit kann auch noch ein bisschen tanken du bist vergiftet das ist halt echt schlecht aber ich habe kein gegengift dabei das ist halt echt so das größte problem und dann noch sieben gegner oh scheiße kann sein dass 2 jetzt stirbt dann habe ich dann habe ich meinen besten mann direkt verkackt das will ich eigentlich nicht ich glaube ich wieder neu laden wenn der am gift verreckt darf noch hinten muss man hinterher da sind ja noch okay also die jahr ziehen auch was gegner deswegen und die fragen welche richtung wird es gehen ich glaube es kann es auch sich auch alleine handeln er hat ja auch noch alles nixern äh stehen mal weg Sonno kann das eigentlich auch ganz gut diesen hat schon recht weit fortgeschritten ach du hast halt noch Gift du stirbst jetzt im Gift oder? 9 HP ich weiß nicht wie viel wie viel Damage macht ein Gift? 5 für eine Runde okay er überlebt er überlebt du bleibst einfach nur stehen man er überlebt ich kann alles alleine außer Gloomhaven spielen das macht alleine nur halb so viel Spaß ja ich habe Lumi versucht Gloomhaven beizubringen aber sie sieht ja an den Spaß irgendwie nicht direkt gefunden also wir schwärmen jetzt aus du bleibst stehen halt irgendwo sind noch Viecher und du bleibst jetzt hier in der Mitte stehen ich habe keine Lust dass da irgendwas passiert so 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 da gab es ein achievement für da ist noch eine Spinne gekommen hier ist übrigens auch schon der Rand wo sie abholen können so dann gehen wir doch mal auf die Spinne zu so der kann auch ziemlich viel alleine wenn sie Sif dazu bringen kann dann kann er mit dir spielen ja aber ich spiele ja eh nicht on stream wahrscheinlich dann also das ist so ein Ding das ich normalerweise in der Woche mal so am Abend spiele da ist auch noch jemand äh du kommst mal mit hier hoch Ben weiß nicht äh vielleicht ich habe es mir auch vorgeschlagen kann mir nicht nur von dir to be fair to be fair ist irgendwie noch mein neues Lieblingspot geführt so steppen wir ran und piksen einmal zu bam die rennen ok kein bock mehr der ist übernommen ja direkt so dann gehen wir hier hoch und piksen auch nochmal piksen oh dammit wir hätten vielleicht doch als zweites erst piksen sollen also kurz warten sollen weil wenn der umstellt ist kriegen wir ja viel bessere Chancen bleib hier du blöde Spinne ich will deinen Loot ich muss hinterher rennen hier äh äh nehm dich hier noch du kannst nicht mehr angreifen aber du stehst dich halt noch mit drum rum sind noch irgendwo wat ah rennt sehr gut ne ne random down ich will die hier noch haben meins wenn man schnell ist mit dem Computerspiel schafft man schon 2 Szenarios in 2 Stunden ok haben alle überlebt nur ein bisschen HP Schaden gekriegt mit Swoogle war es echt knapp er hat durchs Gift ganz schön ins Gesicht gekriegt so you gained a decayed coat of scales what the webbank dispatched you have the company briefly search the creature's nest do the messengers are ordered to never wander alone remarkable about as well Sonos is standing at your side together you spot a tree that's remarkably untouched by the webs to circle around you find a knight's corpse leaning against its trunk his hands rest atop a broken sword pommel the other hand is missing altogether nothing but sleeve at the wrist with a mutilated arm couched at his belly corpse rests in the nest of its own making a thicket what looked like spoiled rubbered stalks in decayed car ok da ist einfach ein ein Ritter in der Nähe gestorben der irgendwie eine abgerissene Hand hatte riecht nach Gift aha that's a right shame a ranger he would have made a sound addition to the white ravens whoever he was it has all the look of a great fighter's end ok der hat sozusagen die Spinnen so sehr dort weg also der ist in die Spinnen reingelaufen hat so viel gekillt wurde aber vergiftet und ist daran gestorben dass die Spinnen keinen bock hatten an den an den Leiche ranzugehen so wie ich das sehe und das haben wir jetzt für einen geilen ein what ich meine er macht minus 36 aber der ist der ist doppelt so gut wie alles was wir bis jetzt haben wir haben hier einen 110er drauf und dafür so dreifache Fatigue also wir haben dann hier ein Problem wir brauchen viel mehr Fatigue viel mehr Fatigue so viel mehr Fatigue und jetzt habe ich plus 2 auf Fatigue das ist nicht so geil aber ich werde die nehmen müssen warum habe ich hier Recover nicht genommen bei dem mit Brawny ist es wahrscheinlich auch ziemlich okay dann zu nehmen weil dann nicht mehr so viel abgezogen wird ja ich habe schon gesehen ihr spielt diese Tabletop Community Erweiterung ne schneit es bei euch eigentlich auch so geil wie bei uns bei mir bei uns ist seit gestern Abend permanenter so wirklicher flockiger Schneefall aber ich glaube wenn ich in den Schild hat will ich in den Shield Export gehen und dann kriegt er extra Defense und das Wegstoßen dann kriegt er mehr Hitschance das ist glaube ich schon auch ganz gut so auf zurück für mehr Kohle ja irgendwie TTS sehe ich immer bei dir oh und wir kriegen noch was zu essen dazu mhm 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 ok hier darauf erstmal weil es so gut geklappt hat Brotfeder und Swoobel haben sich besoffen wow so hier kann man übrigens man kann ja auch Gerüchte kaufen die Gerüchte beinhalten vor allen Dingen oder die beinhalten quasi Tipps also wo man ganz gut traden kann Tipps in der Welt aber auch wo sich zum Beispiel bestimmte Items befinden oder besonders tolle Items befinden in welchem in welchem Camp wo man irgendwie mal raiden sollte oder sowas wir können es mal machen The Council of Westenhold is looking to hire mercenaries don't know about that ok also Westenhold hat anscheinend einen Job zum Beispiel hier gibt es Holz was gar nicht so guter Preis ist Chaineduard keine Ahnung wer Chaineduard ist und Hollow Pact sagt mir auch nicht die Spielspieler auf deutsch dann sagt mir alles nichts zu essen haben wir noch genug 2,000 supplies haben wir auch genug ist alles übel teuer geht ja ich hab noch wissen immer noch diese Pink Villagers noch mal fast das gleiche und down mode terrorizes Tannheim können wir eigentlich direkt nochmal machen können wir einfach direkt wieder das muss halt nur bis Nacht warten damit wir das Holz mitnehmen können welches glaube ich tun so dann die Klassen aus der Community die Klassen aus der Community erweiterung kennst du das auch auf deutsch nicht ok sowas terrorize denn hier oh Moment mal die sollen es hunten hier sind Spuren upsie wieder Webknechts jetzt erstmal kurz gucken wie unsere HP aussehen weil dir geht es richtig shit also dich müssen wir eigentlich in die Reserve tun oder irgendwie in die Backline wird auf jeden Fall nicht vorne mit kämpfen alle anderen gehen glaube ich Google ist der einzige der wirklich hart gelitten hat von daher nur die Rüstung bisschen ja ist durch meine Rüstung das gleiche Google hat richtig hart reingetankt ja und daher würde ich es mal so machen und let's go engage alliere du dann Yushka ich bin auch noch kein Lurk Command hehehe ok die Engstelle ist schon mal super zum verteidigen wenn die da durchkommen die Engstelle ist schon mal super wir warten mal kurz wir warten auch mit dir weil wir wollen erst hier reinlaufen mit zwei Leuten um hier mal rauf zu hauen ähm ganz Leute zuerst hier hin dann so mit dir können wir dann wir können schon mit Felix glaube ich da rein oder? also wir haben die Wahl zwischen Felix und Xeli Felix hat 25 wo ist ein Xeli? ja er hat 34 ja und Sono ich sehe ja irgendwie Sono und Xeli eher und die anderen werden sie eher nach unten orientieren Xan würde ich sagen oder Xan nimmt die Backline wennenfalls jetzt von hinten noch welche kommen würde ich ganz gerne mal tun und Rotfeder und Ricky übernehmen hier unten weil hier kann was durchkommen und hier halt dann nehmen wir ah wobei den Xan wird das schon auch mitmachen können so ich stehe jetzt ran dann wird hier von hinten rein gepikst so Spearwalls damit um sie herankommen so jetzt kann ich mit dem schon noch dahin gehen und schießen mit dem reicht es schon nicht mehr weil hier Waldboden ist und der ist weich wie doof kann ich nur hinlaufen und du versteckst dich mal irgendwie hinter allen und jetzt mal den Höhenvorteil oh hier kommen sie die kommen hier alle durch durch die Engstelle holy shit what an attractive cow ich bin doch keine Kuh ich bin ein Zebra hast du der Kuh-Tool nicht aufgepasst oder wat und du gehst auch hier rein um hier reinzustechen dann wenn hier irgendwas rumkommt und du verteidigst zubel nach hinten okay die laufen irgendwie anders rum ah damit okay da kommt es von oben jetzt laufen sie komplett hier rum anscheinend da war noch mehr dahinter würde ich mal behaupten die Spearwall hat ja gar nicht funktioniert halt man das mal fest ein mit weißen auf schwarzen Streifen oder ein mit schwarzen auf weißen Streifen ich würde ja sagen Zebra hat schwarze Streifen auf weiß und nicht andersrum sehr schön so wie ich das sehen okay das war das dann hit einfach einfach so frei gemacht das ist auch okay befreie mal hier unseren guten Mann Sonst können wir die Runde eh nichts machen mit Sacred wir müssen die Leute rankommen lassen die Viechter mit dem will ich glaube ich nichts machen ja schneid ihn auf ähm ja ein weniger sehr gut du gehst mal hier hin wobei dann kommt Xidi zu nix mehr so falls sie angegriffen werden und die Spearwall falls sie hier reinsteppen glaube die werden noch hier rumlaufen nehmen wir hier mal Defense und Ricky wartet hier sehr schön sehr schöne Hits da war die Spearwall schon mal getriggert gut die andere Spearwall leider nicht achso wir haben keine andere Spearwall gemacht that's the point er lauft hier komplett außen rum ihr Schweine ne die kleinen Schweinchen 61 64 64 ok ich sehe jetzt besser anscheinend dann nehmen wir doch den so wenn ich mich hier hin bewege kann ich da attacken was ich auch einfach da attacken können aber ich wollte den auch mal kurz finishen während der hier rumläuft und ich kann doch auch oder yes geil 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 also die Rolls sind grad gut so und dann können wir den immer noch befreien also so wenig AP verbrauchen inzwischen yes Ricky verprügelt die Spinne da haben wir die überleben ist halt gerade aber ja hm das ist ja so unser Stunner irgendwie Xidi ist zu gut Xidi ist zu gut wie viel Ausdauer hat ein Xidi noch ähm Frage ist ob ich hier weg gehen kann ah der hat ja noch voll viel Fatigue könnte ich eigentlich schon hier weg gehen aber dann ist ja 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 nee nee ich bleibe hier stehen um hier dicht zu machen und du machst wieder das Duell an und du machst wieder Spear War an du machst noch den ja haben noch 10 X da kommt noch mehr da ist übrigens eine dicke Spinne sehe ich gerade dies oder sieht die bloß optisch größer aus das weiß ich gar nicht so ich glaube die hat ein bisschen mehr AP hehehehe hahaha der ist aber 5 Mal da reingestert um zu sterben sehr geil sehr geil hier 70 aber ich hätte vielleicht lieber ne kann ich nicht war nicht in der Nähe zu befreien sehr sehr gut so jetzt muss man aber hier dich befreien dürfen trotzdem noch attacken 81 69 dann dich der mit die eine fast keine AP also ist es die schade habe ich nur aufgestellt mit der XP kriegt muss ohne zurechtkommen hier ist ja noch eine Spinne ich glaube wir gehen mal hierhin verteidigen sie in die richtung bei die warte ich mal noch ab dem uns bis hierhin auf manche fixen kann es hast du dich versuchen zu befreien beides mal nicht geschafft das verbraucht hat übel viel die 61ade spiel ist wieder fast irgendwie angelaufen anlaufen will roth wieder bewegt sich auch mal in richtung oben hier macht ihr mit einer 3er gruppe okay ja ein paar davon haben schon gar keinen bock mehr ein paar davon haben schon absolut keinen bock mehr 67 72 hier 89 jetzt stand auch hier schön kopf ab dazu sogar ein kill gemacht sehr geil vor dem noch mal immer unsere andere träger wieder mehr in die mitte 7 sind es noch ich könnte jetzt suchen gehen dann kann glaube ich suchen gehen als ob der nicht hittet gegeben der gestand ist das ist doch scheiße du kannst immer noch spiel wollen guck mal easy peasy lemon squeezy oder ihr geht einfach zusammen hier wiki und xan und die spinne da kommt noch ein spinnchen guck mal an das mache kann ich glaube ich nur noch nachladen ja nicht mehr angreifen weil ich hier in den ap zu viel brauche ich brauche drei ap zum schießen der mit kann sich hier mit hinstellen dann ist dann nice solo ist einfach ohne fucking row so die hat keinen bock mehr die rente und ich verstehen die rente nicht mehr so hallo so jetzt gehen wir noch bis rein und piekst ein bisschen geiler rotfäder ist aber auch jeder jeder versuchen treffer einfache können wir ein bisschen offensiver das nämlich noch ja ich glaube ich warte mal kurz ich könnte oben rein schießen theoretisch die will ich nichts tun mit dir gehen wir mal unten vorwärts wird immer das ding wir gehen wir wieder hier rein dann können keine xe die hier zurück und dann wird das hoffentlich auch alle in reichweite für unser oder reichweite für unsere schönen sachen haare die verprügel sie ist als ob würde nicht mehr getroffen bei 62er glaubt ich kann nicht mehr attacken wenn ich da hingehe ich will eigentlich sagen ja da wären sie perfekt hier du gehst wieder zurück sehr schön schöner hat schöner hat schöner hat okay die spinnen schlüpfen und rennen direkt weg die haben keinen bock mehr bis auf die da unten das ist eine gute option so gehen wir doch vielleicht hier rein hallo okay das nest ist auch jetzt durch ein bisschen gucken wo sie noch herkommen so müssen den wald ein bisschen säubern also der wald war echt gut gebaut hier mit diesem kompletten abtrennung von uns wir haben echt eine schöne lichtung gehabt wenn wir feiten durften schöne eng stellen gegenüber macht nicht gut okay die rennen die sind zwar nicht auf fliegen aber sie rennen trotzdem nachladen irgendwo hinlaufen die hauen ab vielleicht gibt es irgendwo noch ein nest das weiß ich jetzt nicht ich gucke mal in die andere richtung dort weiß man nicht keine ausdauer mehr da unten geht man die richtung felix kommt mit okay it's over aber nicht ganz alle gekriegt aber es hat zumindest alle ordentlich xp gekriegt hier 100 irgendwas und so zugelde aber nur dabei stand aber in 89 geht aber so ein kill gemacht hat nicht vergessen das zeug weil das ist ziemlich entspannt weg zu tannheim das war eine sehr sehr einfache sonst keine disappearing villages mehr kann ich jetzt hier oh jetzt kann ich hier sinnvoll kaufen fast zumindest 190 unter 200 ist schon okay für holz unter 200 ist schon sehr okay für holz so jetzt haben wir hier ein lumberjack low burn er hat ganz gut von low burn ganz guten skill und militia background will glaube ich sowieso gerade niemanden kaufen ich habe nicht mehr so viel kohle anheim hat selber holz er hat auch ruhen das brauche ich da nicht hingehen ok na trapper surface iron ne ich würde wieder nach unten gucken gehen deswegen gehen wir mal zur erzfeste vielleicht wollen die auch da schon unser hier passiert vielleicht wollen sie auch da schon unser holz haben das wäre schon ganz geil achso wir kommen nachts an vergiss es vergiss es dann gehen wir direkt weiter was geht denn hier so im nächsten ort 13 tage so ihr habt wieder disappearing villages ihr wollt unser holz auf jeden fall nicht haben gibt es gegengift 3er 1560 secure cemetery of the elder das wahrscheinlich ein unbad ding was das 24 auf den forefatherscroll at an overturned mass grave mit den schweren versuchen weil ich dabei gucken muss 2 ist noch nicht gern auch gut gottes zu überdeck von geheilt habe ich irgendwie problem mit medical supplies one day and requires between one and one medical supplies ich glaube es ist nicht between aber ok so immer wieder unsere komplette komplette dingens auf ich gebe ich einfach doch den schweren helmen eine schwere rüstung doch eine schwere rüstung bin ich jetzt auch hier größere rüstung minus 7 minus 5 so Zubel hast du auch einen ordentlichen helmen ich glaube ich fast alle gleichen helmen aber jetzt hast du halt nur noch 60 fatig müssen wir halt damit zurecht kommen ähm bevor ich das noch dann irgendwie vergesse beim neu laden oder so wir versuchen jetzt mal den schweren 1500 cemetery of the elder er accept this contract joa das ja mal in der nähe ich glaube jeden fall tagsüber kämpfen weil meistens haben die keinen range wenn das untote sind graves are emptied not just emptied but unearthed from below this is not the work of grave robbers ja das wird ein nekromant sein okay das sieht schon mal okay aus aber das sind 22 wir sollten nicht auf einer offenen fläche kämpfen bei so vielen gegnern aber wir müssen wahrscheinlich bei den nekromant aggressiv kämpfen wir müssen wahrscheinlich bei den nekromant aggressiv kämpfen wir müssen wahrscheinlich bei den nekromant aggressiv kämpfen ich warte mal bis die dran sind damit ich weiß wo sie hinlaufen oder was da noch so kommt die sind gar nicht so schnell da das wäre jetzt ziemlich gut wenn man wirklich geranged hätte wirklich zack zack pfeilen die einfach zu hagelt wir werden eine defensive position einnehmen müssen zwar wahrscheinlich zwischen den bäumen wo sie nicht so gut durchkommen weil wir haben das ist das sind viel zu viele die haben sogar rüstung hier unten und hier haben wir so zwei felder zwischen bäumen und dann hier oben nochmal einen block adiado sacred ja du lebst noch und du hast schon ordentlich kills gemacht deswegen war meine idee auch gerade so ey schießen und zurückziehen so ja du kannst noch nicht wirklich arbeiten deswegen komm mal hier zurück wir bewegen uns for the company und so sonst stehst du im weg ben das ist natürlich schlecht das ist natürlich richtig schlecht jetzt komme ich wirklich nur bis dahin gerade wird eine engstelle werden sage ich mal so nur mehr ehrlich das wird auch für uns eine engstelle werden ich gehe mal lieber nach oben glaube ich mit um dann den rand zu verteidigen mit sono so und du musst auch noch dran kommen wie geht es dir secret wie war deine woche alles im grünen bereich soweit okay ich warte mal kurz als noch mehr herankommen ich will eigentlich schon noch ein stück zurück mit sono entsprechend will ich auch mit dir hier ne wenn ich hier auf mich aufschneiden will ich hier hin mit dir wenn ich hier hin hauen kann und das gleiche hier unten wenn hier meine frontline steht will ich hier hin da so hin zubel will ich jetzt eigentlich nicht so sehr in die frontline stellen weil er ist noch angeschlagen deswegen verteilt jetzt mal unsere flanke wenn sie rumlaufen können sie sich dann sichtreich weiter soll ich noch mal schießen dürfen beim zurücklaufen mit meinem rangy so wir wollen hier so uns hinstellen so naja also ich habe noch keinen nekromanten oder irgendwas gesehen wobei halt noch keiner tot war könnt einfach daran liegen so und ich habe durch zwei sachen noch nicht gesehen an gegnern fest wenn man auch nekromant drin ist aber ich kann gar nicht mehr laufen scheiße ja du bist eigentlich in position du bist in position du bist in position du auch ja die laufen halt super langsam dann können wir schon noch ein bisschen rein snipen würde ich sagen aber du kannst die runde noch erwarten damit die auch schon näher herankommen ja besser treffer chancen haben hier jetzt sind 21 geblieben jetzt hat sich da nichts wieder hoch geholt das ist einfach nur ne masse einfach nur ne masse an gegnern aber sie scheinen immer so zwei schritte glaube ich vor zu kommen so weiter als zwei kommen sie gar nicht wenn sie full speed laufen gerade sie sind echt langsam das heißt sie würden hier hinkommen kann also die runde noch schießen würde ich sagen und mich vielleicht einfach eins zurückziehen hierheitshalber ne ich kann nicht laufen ah der boden ist weich das ist das problem ok ne der ist aber nur zurückgekommen oder he has risen from the dead das wird kein necromancer ich glaube nicht dass ein necromancer dabei ist und daher ist das alles im grünen bereich ruhen sie schön aus bis sie herankommen ich würde jetzt mal sicherheitshalber zurückgehen wenn man fällt diese runde sollte ja nicht rankommen diese runde sollte da noch nichts passieren ja es kommen immer genau zwei fälle kommen sie nächste runde können sie hier reinsteppen dann warten wir jetzt diese runde komplett ab du schießt und läuft nämlich 1 zurück ihr dürftet eigentlich nicht angreifen von daher warten 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 let's go x ein paar einzelne aber auch echt gute rüstung dabei das gefühl die blocken sich irgendwie gegenseitig da habe ich keine spiel wohl gehabt hier oben schon ich glaube hier unten war spiel wohl quatsch weil die gar nicht so nah dran waren x okay na dann fängt ja gut an fängt ja gut an kopf mal 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 2,80er und 1,89er Hit gerade. Am Stück verhauen. Auf den gleichen Dude. The fuck? Okay, Kopftreffer macht aber nicht. Killt ihn nicht. Das ist ja spannend. Kopftreffer hat ihn nicht gekillt. Ich weiß nicht, ob die angreifen dürfen. Sanin, dankeschön. Wird ein Weg rumsteht nämlich. Finally, ein Hit auf den, ey. Der ewig gedauert. Weil ich Zwubel brauche. Zwubel hat, glaube ich, ja, 59 Milit-Skill. Der ist nicht so gut. Ah! Oh, oh. Das bitte. Ja. Also ich müsste jetzt hier rumlaufen und dann bin ich in der Reichweite von D. Wienigste Runde. Wenn dann will ich nur hierhin mit Zwubel. Weiter will ich nicht. Du warst. Lass ihn mal wegmachen, jetzt bitte. Jawohl, danke. Ich glaube, ich hierhin stelle, dann kann ich hier und hierhin attacken. Nachdem was wichtiger ist. Spiro macht auf jeden Fall noch ordentliche Arbeit hier. Ja, sie können, glaube ich, nicht gut laufen. Also noch mal fest. So. Ich lage mir einfach nieder, anstatt ihn zu stun. Das wäre dann eh vergeudete Fatigue gewesen. Äh, schade. Oh, shit. Ach, komm schon. So. Sehr schön. Da macht die Spearware auch nochmal ein bisschen was. Ich nehme ja auch Range. Das habe ich nicht vergessen, ey. Da sind wir uns natürlich alle da reinsteppen, deswegen war ich jetzt so die Spearware. Genau. Genau deswegen. Machst mal den da raus. Oh, what? Der ist zuerst? Achso, wofür kann ich sagen. Das ist aber gemein, dass wir so ran zu kommen, naja. Ja, schön. Ja, das ist für zuerst wirklich das unangenehm, ne? Moment, ich kann da gar nicht da oben hinhauen. Ich will hier, glaube ich, unterstützen. 95, 89. Schade, das war auf dem Kopf. Ihr wartet ab. Wartest ab. Wartest ab. Kriegs. Ich sammle mich hier davor, weil hier die Spearwall ist. Sehr schön. Oh, shit. Ja, stimmt. Sie können reinsteppen. Sobald man... ...vergesse ich immer wieder. Dann mal. Und dann. Jawohl. Zwei Leute gestunnt da oben. Ich stehe einfach nur im Weg rum. Das ist perfekt. Einfach nur am Weg rumstehen. Die Range? Das ist irgendwie ein bisschen doof, dass der da mal angreifen darf. Oh, oh. Mein Zwubelchen hat, glaube ich, ein Problemchen da. Okay. Ich habe keine Ausdauer mehr für Spearwall. Scheiße. Ich habe keine Ausdauer mehr für Spearwall. Weil ich dafür 30 Fatigue brauche. Mir fehlen zwei. No. Angreifen könnt ihr aber eh nicht, wenn ihr reinsteppt. Also dann kann ich auch den Zug beenden. Den unten direkt angreifen. So auch nicht Idiot. Da haben wir nicht unseren Fernkämpfer wieder frei. Wo die gehen wir raus? Achso. Ich würde gerade sagen. Aber ja, klar. Da gehen sie raus. Oh, der hat wieder tot. So. Der ist gestunt. Machen wir den hier. Jawohl. Damit die Zwubelchen ein bisschen mehr Luft hat. Sehr schön. Wo war das wieder ab? Wieder unten reinsteppt. Oh, jetzt wird hier aber... Jetzt werden wir hier aber umkreist. Ich bräuchte es doch irgendwie AOE. Das habe ich halt noch gar nicht in meinen Waffen drin. AOE ist nicht Teil meines bisherigen Ausrüstungen. Kopf ab ist schon mal sehr gut. Der kommt auf jeden Fall nicht wieder. So, jetzt... Mal auf damit, da oben. Ähm... Ja, jetzt habe ich keine Fatigue mehr leider mit Sono. Xpeaks. Luscht auch tot. Ich kann nur beenden. Also eh vorbei. Wir sind noch 13. Wir haben schon irgendwie sieben platt gemacht. Laut Anzeige. Acht. Aber die kommen wir wieder. Ja. Wir brauchen nicht nachladen, weil wir dürfen wirklich eh nicht schießen. Ich habe keine Ausdauer mehr dafür. Ich habe ein bisschen Angst um Zwubel, ehrlich gesagt. 89, 95. Oh, 89er gefailt. Ach, du Scheiße. Ja, RIP. Ja, toll. Schön an der Rüstung hängen geblieben. So, du sollst mal von meinem Fernkämpfer weggehen. Aua. Musst dich verteidigen. Ja, weil er jetzt mich dreimal auf Zwubel einbeißt, ne? Mein Gefühl. Sehr schön. Wieder Kopf ab. Jetzt gehe ich mal einen Schritt nach vorne, um den anzugehen. Zwicky. Hau ihn. So, dich. Und dann war es das schon. Leider Gottes. Dann machen wir dich noch mit platt. Au. Zwubelchen, ne. Der sieht gar nicht gut aus, Zwubelchen. Au. Scheiße. Ich müsste Zwubelchen jetzt eigentlich irgendwie da rauskriegen. Aus dem Shit. Oder einfach mehr unterstützen. Kann ich gar nicht mehr laufen. Ja, das macht halt null Schaden. Das ist irgendwie nicht so geil. Ich hätte Zwubel dann nicht reinstellen dürfen, soweit. Na, scheiße. Zwubel war einer mit drei Sternen in Melill Attack. Der wäre so gut geworden, nur weil ich dumm bin und ihn zu weit vorne platziere. Ich habe noch nicht in meinem Kopf, dass sie immer dass die immer auf den Schwächsten gehen. Also, der Computer guckt sich wirklich an, wer ist schon fast tot und konzentriert sich darauf. Das vergesse ich immer wieder. Oh, Mann. Ja, ich habe die Ausdauer dafür nicht mehr. und zu stunnen. Ja, wahr. Ich habe ja auch schon gesehen, dass er gekillt wurde. Also, er wurde nicht nur niedergeschlagen, wurde komplett gekillt. Er wird direkt aufgefressen. Er kann jetzt aber wiederkommen, dass er als Wiedergänger, weil er von Wiedergängen gekillt wurde. Er kann wiederkommen, dass wir Zwubel dann nochmal platten müssen. Wir müssen da oben mal ein bisschen aushelfen hier. Welcome to the Hamlet. Jay Noobster, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in meinem Stream. Ich wollte ja sowieso schon helfen. So viel Damage macht das irgendwie alles nicht. Als ob. Es ist alles von ihm kaputt. Überlebt er trotzdem, Norel. Jedenfalls danke für den Follow, Jay Noobster. Jetzt schneit ihn endlich auf. Dankeschön. X-Peaks. Okay, er macht da unten hin. Ich habe keine Ausdauer. Ich kann nur versuchen, den Platz zu haben. Sehr schön. Aber ja, Betonung ist auf Wahl. Ist er jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Zwubel, tut mir leid. War ein sehr, sehr guter Bro. Haben wir jetzt leider verloren. X-Peaks. Also ansonsten, ja. Ist das Zwubel? Ja, Wiedergänger Zwubel. Er kommt sogar zurück hier. Ah, mit unserem Helm. Oh Mann. Ah, Mods Wubel. Und mal hier nach oben umschiften. Die haben halt hier oben sehr viel mehr gemacht, als ich vermutet hatte, ehrlich gesagt. So sehr viel, sehr viel stärker gepusht, als ich vermutet hatte. Du schaffst es ja wohl alleine, oder? Ja, ich kann nicht. Auch hier, ich kann recovern. Diese Runde. Aber das überlebe ich dann noch. So, wir orientieren uns und wie gesagt um. Zwubel. Tut mir sehr leid, aber das musste sein. Ich mach mal auch noch mit weg. Hier, for the company und so. Den Leuten resolve geben. Finde ich nicht gut, dass der noch mal beißen darf. Ich meine, wenn wir den Geld, das wir für die Mission kriegen, können wir uns wahrscheinlich trotzdem wieder einen guten anderen Bro holen, aber der war halt offensiv, so stark. Weil, halt nur offensiv. Jetzt kommt die auch noch mal wieder, ey. Bleib mal, bleib mal unten. Den Gegen wieder kommen, ja. 94, er rollt ne 99. Ach. Ach, Ben. Das haben wir schon besser gesehen von dir. Viel besser haben wir das schon gesehen von dir. Hier, Alexander zeigt mal, wie das geht. Servus. Aber die kommen auch nicht in Wavering, die rennen nicht weg, die vier. Das ist das einzig positive an denen. Die bleiben immer im Kampf. Ich darf nicht mehr attackieren, wenn ich das mache. Ich habe keine Munition mehr. No, ich habe alle 10 Bolzen verschossen. Ja, dann kannst du auch stehen bleiben. Wenn ich mit Tiefel hingehen und pieksen. Perfekt. Ja, Zwubel. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Hat 150 Damage gekriegt. 43 Hitpoint Damage. Hatte nicht mehr so viele Hitpoints. Bin nur mit halbem Leben reingegangen. Das ist einfach schlecht. Das ist einfach schlecht. Wir kriegen gar nicht mal unsere ganze Ausrüstung von ihm wieder, weil wir die zerstört haben. Ach Mann. Aber wir haben dafür jede Menge Kohle. Wir kriegen 1500 jetzt. Das ist richtig gut. Wir müssen halt nur gucken. Weiß gar nicht. Sehe ich, was Zubehör für ein Background war noch? Ne, ne? Sehe ich nicht. He is no longer terrified villagers. Villagers. Aber hier ein Flagellant offended by violence. Ein Witch Hunter. Der hat aber gar, also der hat ein Crossbow. Eine Stufe 2 Crossbow. Aber ansonsten hat er gar nichts so Gutes. Ein Bäcker. Ich meine, der hat den gleichen Melir Skill wie ein Bäcker. Der hat nur ein bisschen mehr Ranged Skill. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben doch hier unseren Ranged Dude. 48 bis 52 ist ein guter Ranged Skill. Ja, der ist halt drunter. Das sehe ich irgendwie nicht so. Wenn man das will. 218. Na ja, könnte ich hier schon wieder verkaufen mit Plus. Aber ich glaube, ich kann noch mehr Plus machen. Auf jeden Fall erstmal hier ein Bier auf Zwugel. Du hast nicht die richtig Hettenarmbrüste. Leider. Gehen wir mal nach Gelbstadt wieder hier runter. Oh Mann ey. Drei Sterne. Der hatte irgendwie 60 Start und drei Sterne in Melir Meliske. Der wäre irgendwie bei 90 Meliske oder so rausgekommen. Der hätte einfach alles getroffen. Aber ich hätte in die Backline stellen müssen. Mit einem Ranged Weapon. Ach dammit. Ach dammit. Überfallene Karawanen. Drive of Briggins is unknown forest north east of Gelbstadt. Aha. Und Karawane nach Erzfeste. Ich will nicht wieder nach Norden. Ist es irgendwo Ruin? Sind da Ruin? Ne. Sind da Ruin? Ne. Dann warten wir mal kurz bis Tag. Weil ich meine Holz eigentlich verkaufen will. Achso es war glaube ich schon Tag. Ding hat es posiert ist bei der Mod so. Äh 262 ja komm. Die wollen das Holz zumindest haben. Die wollen das Holz zumindest haben. 21er. Hm. Ich brauche mal nicht. Weil ich kann mal verkaufen. Ähm. So. So. Weiß nicht wofür ich das brauche. Da muss ich nochmal gucken. Also Taxi der Mist. Neu hier ein. Barber, Armorer, Tempel. Der Tode wieder beleben kann er leider nicht. Hier ist direkt nochmal ein Anatomist. Ich glaube. Ah das ist der Minus Resolve und Nachtblindheit. Nachtblindheit ist wurscht. Den kennen wir sogar schon. Aber der hat keine keine guten krassen Stats. Caravan Hand könnte man nehmen. Hier haben wir den schon ausprobiert. Ein Retired Soldier. Hier haben wir noch einen Gambler. Da wird man die Caravan Hand Tryouten. Das glaube ich sehr weit. Ja das ist nicht optimal. Der hat sehr viel dabei. Was? Ich bin auch blöd. Ja. Der hat sehr viel niedrig gerollt. Resolve ist das einzige was so ein bisschen geht. Den sehe ich irgendwie nicht als Ersatz. Als gleichwertigen Ersatz für Zwubel. Das ist eure Aufgabe. Erzfeste. Ne. Verkauft haben wir. Wir gehen mal hier nach Sandstadt weiter. Wir brauchen Trading Goods. Wir müssen Trading Goods kaufen. Noch 5 Stück. Hier steht zwar Buy and Sell aber es zählt nur Buy. Eigentlich. Hier ist gerade gar nichts los. Hier haben wir einen Armorer. Der halt richtig dicke Rüstung hat. 260. Moment. Was haben wir vorhin bekommen? Ein 240er. Mit 36 Fatigue. Was macht die 260er? Die macht 32 Fatigue. Wir haben schon eine schlechte bekommen. Also eine mit dem Nachteil sozusagen. Aber dafür hat er unglaublich viel Rüstung. Haben wir hier jemanden, den wir haben wollen? Ich will keinen Grave Robber glaube ich haben. Eine Flagge Land. Die Leute, die auf Hände beiweilen sind, will ich nicht haben. Auffällig ist zu teuer. Grave Digger. Sehe ich mich glaube ich nicht. Den. Ja doch, oder? Der kann richtig gut werden. Der ist doch günstig. Try out. Why? Warum denn in Miliske? Will never be a confident moral. Das ist auch scheiße. Und hat eine Initiative. Okay, aber wir probieren einfach den nächsten aus. Was ist denn mit dem Dorf falsch? Der wird tatsächlich ein dicker Tank benutzen. Weil der einfach drei Sterne in Fatigue hat und in HP. Den können wir einfach in die Frontline packen und der ist einfach nur da und tankt. Der tankt. Alles tankt, der. Aber gut, dass er ein Poacher ist. Ein Hunter ist. Das ist eigentlich ein typischer Rangedude. Der hat sogar Bugsroll und Ranged Skill. Also die Rolls sind ganz geil insgesamt. Außer Resolve. Aber die Sterne sind ja komplett random. Er hat acht Sterne. Das ist erstmal das nächste. Den würde ich trotzdem mitnehmen und wie gesagt, den würde ich auf... Der kann einfach mal Äxte werfen zwischendurch, weil den Skill hat er dafür. Wenn die Leute rankommen. Und wenn die Leute ran sind, dann wechselt er halt auf tanken. Ja. Zwubel. So. Nee. Du brauchst aber direkt ein bisschen was zum zu denken. Das. Brauche ich nur noch Wurfwaffen? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. 52 heißt schwer damit dann möglichst ein bisschen was trifft. Dolchbehälter. Wurfwaffen habe ich halt jetzt gar nicht. So ist natürlich der zweite. Aber jemand anderes möchte unbedingt. ich glaube euch haben wir alle die im Chat. Nee nicht. Dann kriegt das jetzt dann Yushka fehlt ein C. Was ist denn das? Das ist ja ein toller Cursor. Okay. So. Dann haben wir jetzt dann Yushka The Woodsman. Spitznamen werden sich verdient. Während die wenn die Kompanie eintritt hat das mal einen Spitznamen. Die werden sich verdient. So. 464 glaube ich immer noch zu niedrig und müssen verkaufen können. Was habt ihr hier an Aufträgen? This is one I prepared to offer you repaid 614 for okay for the tracks in Sandstadt return okay machen 660 Bruno of Sandkai for the day wo ist ein Sandkai? Nur Sandvik? Sandkai Yo! Aber ich glaube die haben einen Hafen da können ich auch mit mit dem Boot hinfahren da können ich nach Grafenhafen gehen mit dem Boot hin travel und zurück Habt ihr vielleicht noch irgendwie am Markt Wurfwaffen? Ja hier ne Throwing Spear Javelins Lighter than a common spear but heavier than a javelin This weapon is tend to be thrown over short distances The tip will bend on impact potentially rendering shields unusable can be used against unshielded opponents as well for great effect bräuchter von munition wahrscheinlich nur einmal oder was ist destroyed on use steht so extra da geht das ist ja aber was was wird sich wieder auch für contents ammo genau glaub das wollen wir haben um das und das unserem danjushka zu geben der jetzt den platz von zwugel einnimmt so ist halt sperrmeister du wirst dann mit sperren um dich bin ich nicht mitten in die mitte haben 60 hat er noch könnten die machen eine schwerere rüstung geben wir haben gar keine schwere rüstung gerade 90er hat er dann haben wir direkt nur die 240er vielleicht dem helm geben und den einfach mal reparieren während der hirn ins ist so dann würde ich mal sagen nicht deliver jemand den contract wo müssen wir hin alle voller tracks ok voller tracks 6 thieves one marksman und some radars das müsste eigentlich okay sein müssen sie halt nur erstmal holen und necrom oh what aber der kann doch am anfang noch gar nichts machen aber keine untote necromancer plötzlich her ok und jede menge eng stellen oben ist ein high ground der wird ganz gut zu nehmen eigentlich hier geht's auch durch mit high ground das wird erstmal die übermacht deswegen muss ich eigentlich hingehen ricky geht mit rot feder da unten die beiden arrows und unterstützt den drawn xan kann obenrum hier ist glaube ich schweres terrain 23 ne ist alles das gleiche sieht nur optisch anders aus wenn es zu versuchen zu hitten und tatsächlich den jüdiger kümmern sozusagen das noch eine zweite reihe nehmen und er kommt dann kommt damit vor gehst du hiermit hoch glaube ich ohne dass ich mit dem mitte wissen mit felix müssen mal gucken wie wir hier irgendwie leute rankommen überhaupt 30 50 jawohl das war ein guter hit da kommt auch einer mit wurfwaffen natürlich eklig 31 25 nice ben seh dich gute hits gute hits da können wir halt nichts mehr tun das ist dann wohl so du wartest mal aber unglaublich echt weh gegen schild oder nicht schiebt von der mensch okay ne meint du wartest du bist jetzt hier natürlich im weg ne mhm dürfen wir doch drüber werfen oder ja yes 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 das sieht doch gut aus du bist ja auch in 2er range ne du kamst jetzt auf shit da habe ich nicht geachtet hallo oh fuck der war fies bewegt dich mal so noch ein guter hit noch ein guter hit erlaufen können wir halt nicht immer schießen ne okay sehr gut yes aber nicht schon okay okay das ist okay gelaufen hat hier überall eng stellen ist die einzige gute stilte durchkommen ist hier unten und dann stand doch an einem weg wo war das erstmal kurz so nix hier mit verteidigen irgendwie und wir helfen hier mal unserem fernkampf dude und dann laufen wir hier durch und da ist der nekromant der da muss einer hin den muss man platt machen weil da müssen die leute hier wieder beleben ständig ähm ja wahrscheinlich dann im zweifel so nur 45 ist halt echt scheiß arm wo sie schielt schielt worden deshalb Mist wie viel Defense hat der ja keiner sieben ist halt nicht nennenswert den gefällt mir gefällt mir was ich da sehe boah der Njushka yes direkt der erste Berufskill geil ja jetzt holt er halt Leute zurück das ist halt eklig genau 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 auch mal weiter rum ähnlich getroffen sehr schön Aua hinter einem alter hinter einem Schild getroffen ne darf nicht vergessen 41 hier hat zu wenig ausdoppeln da wirklich viel zu machen sehr schön gestunt weiterlaufen geht nicht mehr uff stimmt der hat ja auch einen Nahkampf range das darf ich darf ich nicht vergessen oh oh der kann jetzt der kann jetzt doppelt und dreifach hier wer ist dran du bist dran musst mal außen rum rennen hier ach komm schon glückliche range vorteil mit dem und der andere macht hat schild wo der drumrum steht so was muss man die Waffe wechseln 82 aus sehr schön du kannst nichts mehr tun ich hab mich nicht mehr boah ich hab mein range hier so viel 39 da kann ich meinen eigenen treffen wenn ich das mach dann halt so und dann hier hoch au scheiße das ist ganz schlecht dass da nur einer drin ist von mir hier Felix hat da keinen guten Stand sind wir ehrlich da war ich zu aggressiv glaube ich wieder wir müssen hier mal zu dem Necromancer mit der da hinten und die ganze auf den Sack geht wir können hier raus steppen und dann immer noch piksen so weil mit dem er weg ist aber den kriegen wir eh nicht tot mit einem Hit und Ricky beschäftigt sich mit dem da würde ich sagen ähm ja rotfeder steppt man hier ran die werden ich glaube ich trotzdem auf Felix gehen weil Felix schon Damage hat und die Rüstung bald durch ist er hat nur eine 80er Rüstung der braucht man eine dickere Rüstung Jude Felix ich hoffe ich will jetzt nicht noch eine also treffen kann er nicht so gut halt nur es ist problematisch er hat wieder den genommen erstes dann wäre natürlich richtig gut aber ich glaube dazu komme ich nicht weil ich den nicht da oben runter jetzt haben wir mal zwei Hits getankt getroffen jetzt ist er fast tot der tut ey ich will da nicht rumlaufen so der flieht sehr schön dann macht er die Runde nix mehr so und du gehst jetzt mal an den Scheiß Necromancer hier ran dass ich mir nicht mehr so auf den Sack geht mit seinem komischen Zauberei da bin Rigi den hier verprügelt hallo oh müssen jetzt hier rum die 60er hätte ich irgendwie nicht das ist echt nicht so geil die 60er hätte ich nicht aua nein okay er wurde nur niedergeschlagen aber trotzdem jetzt hat Felix eine permanente Verletzung ja die Musik ist ganz geil an dem Game das stimmt jetzt habe ich nicht mehr schließen ihr seid auch alle Mist Kacke Pupsi jetzt habe ich ihn zum ersten Mal getroffen da oben Felix war hier vorne echt leider auch verloren im Post da müssen wir jetzt Pech haben hat er jetzt auch wieder eine richtig schlimme Verletzung das ist richtig eklig im Moment können wir hier runterstoßen mal runter in den hohen Punkt verprügelst den da sehr schön so die haben beide einen Flail das ist ja auch geil ich jetzt erst ja das war nicht gut gemacht von mir sind wir ehrlich hallo hallo Herr Nekromant wir hätten da noch was noch eine Frage an sie hier sind sie eigentlich nicht gestunt von meinem Stunning Solo oh gut gemacht Reki so den Yushka können sie rangehen ja komm dann Yushka rangehen da 77 Piks Piks sehr schön also gekriegt Weak and Heart minus 30% Hitpoints ich glaube er macht das eh nicht mehr lange also es ist von seinem Skill her zumindest nicht schlimm ich kann ihn ganz normal benutzen aber er wird halt immer wieder niedergeschlagen werden also mal sehen mal sehen oh hier kriegt man mal ein bessere eine zweite gute einen guten Armbrust ja das war glaube ich nur so ein Basic Ding das war einfach ein absoluter Fehler von mir also ich würde jetzt einfach trotzdem mit ihm weiterspielen weil er hat doch er hat doch Kolosse also die 25% extra haben jetzt im Prinzip sogar wieder mehr als verloren mit einem 30% Abzug also haben wir hier einen Wasted oder einen Problempirk der halt weggemacht wurde das ist echt schade das ist echt schade ich halt nein nein, 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 nein was hier wollte ich so auch reparieren die ganzen 110er kann man schon reparieren wenn ich es auch reparieren das will ich reparieren das ja nicht das will ich reparieren damit ich es verkaufen kann das auch ach man ey suboptimal ähm Bögen will ich glaube ich sowieso nicht haben von daher kann ich es verkaufen habe auch ganz gute Verkaufspreise gerade mhm Dark Cowl wenn, dann habe ich einen Undertaker hat mhm die will ich glaube ich nicht reparieren von daher kann ich auch verkaufen 35 können wir auch verkaufen oh habe ich jetzt hier wieder 1 von 4 Bandloft Javelons oh ey du hast es aber noch also der Yushka hat sich direkt mal richtig gut angestellt das kann man einfach so sagen das kann man einfach mal so sagen unser Essen gelangt uns dann mal gerne nur für 5 Tage Rationen ich will ich sowieso nicht behalten ja nie besser 30 bis 44 25 ja gegen gegen Rüstung sind sie deutlich besser die Wurfexte da haben die nämlich nur ein Drittel äh 3 Viertel Damage und die haben noch 10% extra Damage dann kann man trotzdem nicht dann ist es glaube ich ungefähr ausgeglichen aber wenn ich durch die Rüstung durch bin also wir ignorieren die 45% Rüstung ich glaube ich will lieber den Ignorer dann kann ich durch Rüstungen durch pöten das wäre schon die bessere Variante auch wenn sie gleich teuer sind also hier gibt es jede Menge aber die kenne ich halt achso ja und will in der BF Confident Morale mehr auch noch dann gehen wir mal nach Bergau würde ich sagen und gucken ob wir dort wieder Salz kriegen ob die Tage schon wieder rum sind für Salz ansonsten müssen wir doch die Farbe nehmen hier ist 312 Salz gib mir und noch ein bisschen hier gibt es auch noch günstige Tools jawoll hier sonst noch eine Karawane 822 und 888 hört sich gut an nach Sandkai drei Tage nach dem Westen da es eine Karawane ist wenn wir das wirklich laufen laufen irgendwie hier 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 durch ja doch kann man trotzdem mal machen würde ich sagen einfach ein bisschen zum aufholen zwischendurch also gut geht es unseren Leuten ja gerade nicht Karawane Hand extra Damage auf Kopf aber sonst und dafür weniger Skill sonst nicht ganz so geil kann glaube ich auch gut sein hat nur weniger weniger Leben Jo what Jo what okay das sieht nach einem Nimble Tank aus weil der hat Initiative ganz okay da ist ein Stern drin der hat drei Sterne in HP was super wichtig ist und der ist günstig und der levelt schneller und der hat sogar noch Maximum Fatigue und das ist nicht ganz so wichtig also wir haben schon die Maximum Fatigue die wir brauchen glaube ich dafür das ist ziemlich gut Nimble Tank erkläre ich gleich was das ist habe ich mir jetzt auch durch also aktuell kriegt erstmal überleben ja das ist das wichtigste deswegen kriegt ihr erstmal Sachen angezogen womit er überleben sollte äh wir haben kein Speer mehr das heißt du kriegst ein Schwert wobei wir vielleicht sogar lieber tauschen wollen damit wir insgesamt das verbessern weil 49 ist echt wenig Miliske aber der soll bloß die Leute ablenken im Zweifel der soll im Zweifel nur die Leute ablenken kriegst noch ein Dolch ja er zeigt mir, dass er kein Speer mehr na gut er hat 52 aber wir haben noch ein Speer bin ich blind achso jetzt hab ich ihn wieder rausgenommen deswegen haben wir noch ein Speer einfach da hingehen ja ja wird schon gehen ich denke das wird schon gehen mit dem Schwert so ein Nimble Tank heißt wir gehen tatsächlich auf niedrige oder wenig Rüstung müssen aber ein bisschen runter weil dann kriegen wir wenn wir HP Damage kriegen kriegen wir bis zu 60% weniger HP Damage wenn wir leichte Rüstungen anhaben das ist halt schon sehr sehr krass und dann machst du mal eine Kombination mit Dodge das heißt du brauchst eine sehr hohe Initiative ich denke das könnten wir mit ihm aber hinkriegen weil der hat eine niedrige Initiative mit 80 achso ja weil wir hier Sache angezogen haben deswegen ist ja eine Initiative so niedrig er hat ja eine Base Initiative von irgendwie kurz über 100 gehabt das ist schon vollkommen okay bedeutet aber wir müssen unsere Gesamtrüstung inklusive Schild auf maximal 15 Fatigue abziehen und wir haben gerade bei 25 ja also 5 10 sind 15 und nochmal 10 sind 25 weil das Schild mitzählt genau probieren wir damit mal aber ich finde ich ganz gute Preise die kaufen nicht so gut ab so wir haben jetzt das wieder also haben wir jetzt die Karawane gemacht wir haben die Karawane gemacht ja ja 3 4 5 5 6 6 8 8 9 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 24 24 25 25 25 25 26 25 26 28 24 27 24 29 29 26 27 27 28 22 31 29 29 well suit yourself wow wow in kleine jungs soll investieren war das ist schon ist schon special das haben wir jetzt pro tag ich jetzt die aufstellung korrigiert ist immer noch ein level ab von rotfeder die drei nämlich sehr sehr gerne mit die drei nämlich auch sehr gerne mit war und sonst immer wahrscheinlich noch ein bisschen api mit damit das überlebt die sachen die bro shield expert der wird schild behalten der wird so hat schild behalten und gäbe ich mal kurz stoppen und handeln und gucken was hier geht ja ja doch ist ein guter preis für salz fast 500 das ist ein schlechter preis für alles andere leider gottes das ist ein schlechter preis für alles andere das wir noch verkaufen diese mütze braucht man nicht also was jetzt mal gewandt roscow ist ansonsten würde ihm anziehen wollen das jetzt auch nicht das ist zu leicht mit dem wanderer scotter der fünf und dann kann man der rüstung kriegen mit irgendwie achten bei zwölf oder ich kann eine 10er rüstung kriegen dann in den 10er kopf ist ja quatsch 5er kopf 100er kopf und dann und 10er rüstung und dann eine zweihand axt erzählt aber nicht zum abzug dazu ich glaube ich hätte gerne noch davon von den bandagen bisschen was weil meine leute sich bandagieren können so und falls sie bluten dass sie daran nicht verbluten und der voraussetzung ist ja noch platz haben für leute die eventuell verbluten könnten essen brauchen wir gerade nicht tools und supplies ist wieder so ein thema wir brauchen nur noch eins wir waren wir gerade wegen den leuten gucken ja das viel billiger leute anstatt huren und wir es ist sehr viel billiger rumgehurt wird bei mir oder gab es ruinen hätten auch im himmelsdorf das holz verkaufen können aber ich glaube das ist wurscht aus dem salz und kein holz was gibt es im himmelsdorf was geht hier ab alles teuer ja geil sonst gibt es hier nichts im fletscher gibt es noch der hat die richtig dicken armen brüste den heavy crossbow 50 bis 70 der ist so geil aber der kostet so viel ich könnte jetzt verkaufen habe ich fast kein gold und meine ich würde sagen wir wollen schon die 2000 als als puffer behalten noch jemanden noch einen guten farmhand gibt es ja noch ein bau ja wir machen weiter geht es immer hier hoch hier rum und dann nach sandweg rüber wir wollen ja gar nicht sein wir gehen hier hoch es gibt kommt eine ganze weile lang kein wir gehen auch durchs moor keinen keine dinge zu machen hier brigands a few poachers a few brigand marksmen und 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 fachs dann haben die jede menge range der verbesserten range ist glaube ich aber die rennen weg vor uns sind 15 könnt gerne vor uns wegrennen das finde ich gut finde ich gut so 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 na dann wupschwupschwupschwup up in pup To cross into a small hamlet beside the path, it's a rather nondescript place save for the woman tied atop as soon to be bonfire, achso, Hexenverbrennung. She is surrounded by a band of peasants, as is usual for a woman in this position. A monk from the mob reads from a holy tome, apparently letting everyone know the deontological nature of her crimes, another man dutyfully stands by with a torch, this is hence itchy to put it to use, seeing you, the woman shouts for help, they are going to burn me, you must be doing something, I've done no wrong here, this hab ich schonmal gemacht, ich würd sich befreien, ich bin ein Helfer, oh shit, also die Leute freuen sich drüber, you will not stand by Eile, by why an innocent woman is burned for some imaginary crime, blade in hand, you climb the wooden pallet and cut her free, he quickly scurries away, seeking her own safety, the crowd, enraged, sets up upon the company in an instant, as scattered between peasants and sellswords, and poorly for the former, but they do put in some damage, losing control of the crowd, you have the monk beaten up, and the man carrying the torch too. A few of the other brothers believe this was the right thing to do, and are pleased with your decision. Ben the hero is in good spirits, Roadfield is in good spirits, Xidi hat sich den Fuß verstaucht, Sacred hat sich nen Rippenbruch zugezogen, und Anjushka hat nen Fingerbruch, ja geil ey. Das war nicht so geil. Okay, minus Initiative und kann nicht so gut laufen, das ist meistens noch ganz okay. Was ist das hier, 5% Abzug im Skill, okay, das ist auch meistens noch okay. Minus 30% Maximum Fatigue, du hast genug Fatigue, von daher ist das auch okay, das sind tatsächlich die getroffen, die nicht ganz so, also wo es nicht ganz so relevant ist. Dass du 100 HP hast, Xidi, Alter. Geil. Wir sind auch eh schon fast da, ich glaub nicht, dass es jetzt noch nen Überfall gibt, von daher doppelt okay. Okay, okay, so richtig okay. So richtig, richtig okay. So, 880 Crowns, well supplied. Erstmal nochmal anstoßen drauf. Das ist schon super wichtig, wenn man das regelmäßig macht, weil es grad das Tag wird, damit ich mir wieder die Stadt nochmal angucken kann, ob es hier irgendwas gibt. 334 ist nicht so gut für Handelsgüter. Ihr habt einen schlechten Verkauf, aber ihr habt auch, ja, ihr habt 35% erhöhte Preise. Terrifying Nightmares. Was habt ihr hier? Right now, paid for my crown, quantic is done. Secured Tomb of 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 Tomb Nice one game, nice one. Und der andere Auftrag ist 1500, das haben wir grad schon mal gemacht. End the Nightmare Haunting Sun Kaya Night. Ja, da muss man viel laufen, das würde ich jetzt nicht machen, weil Nightmares sind immer so Alps, die sich weg teleportieren, wenn du sie einmal gehittet hast und da musst du viel laufen. Deswegen würde ich das eigentlich nicht machen wollen. Ähm, dann würde ich eher das hier machen, Secure the Tomb of Tomb of Tomb of Tomb of Tomb Ach komm! Das ist ja am Arsch der Welt! Ach man, der Spawn, ey. Der Spawn. Noch weiter weg, habt ihr nix gefunden, oder wat? Mann, 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 Mann. Ja, aber ich will tagsüber angreifen. Ich hab Ranged Sachen. Engage. So, dürfte eigentlich nur ein paar Untode sein bei dem Preis. Warten einfach mal ein bisschen ab. Ich glaube, wir sind fast alle vorher dran, oder? Da kommen halt wirklich Untode ohne Waffen sogar dabei, also... Irgendwie ist das UI, da dem ich skaliere, merkwürdig. Ich warte einfach ab. Wir haben jetzt einen Werfer und einen Schießer. Sollte eigentlich ein bisschen Damage machen dürfen. Die laufen, glaube ich, drei, wenn ich es gerade richtig sehe, also laufen die nächste Runde bis ran. Sollte schon okay sein. Ein Werfer und einen Schießer, äh, genau. Hast du genau richtig erkannt? Also, wir können langsam rückwärts laufen. Würde ich sagen... Ich lasse mal hier hin. Obischt unser Werfer. Okay, das ist vorbeigeworfen. Nein, du wirst aber eins zurücklaufen. So, da haben wir nämlich noch eine Runde mehr. Wir warten ab, wir warten ab, wir warten ab, wir warten ab, wir warten ab. Wir warten alles ab, bis hier rankommt. Let's go, kommt ran. Put, put, put. Und die kommt ja eh nicht geschlossen, von daher ist es eigentlich ganz okay, dass wir 11 gegen 13, glaube ich, sind. So, jetzt können wir eigentlich direkt hier, ja, wir werfen wir ins Gesicht. Dammit, Joschka, da hatte ich mehr erhofft von dir. Wir können einen Step ran machen und ihm noch einen geben. Wo er wirklich da ist. Dann bin ich nämlich den First Hit. Ähm, 94, ja du hast ein Schild. 69. Oh, ein Fallen Hero ist, glaube ich, insane. Von dem wir, glaube ich, Rüstung und Helm und sowas haben. Von daher will ich alles andere killen und ihn dann zu Tode durchen eigentlich. Kopfhabe ist sehr gut, der kommt nicht wieder. Ähm, das heißt, ich muss dich aber stunnen. Perfekt. Ja, das ist unser Stunbot. Sohn ist jetzt nur dafür zuständig, dass der hier gestunt bleibt. Das ist seine Aufgabe. Und hier den Schritt rein machen und den pieksen? Jawohl. Wir sind schon bei 11. Äh, das ist schon der ganze Quatsch ausgeglichen. Ähm, wenn der Stunt bleibt, dann können wir uns doch hier hinstellen. Und nächste Runde zuhauen. Würde ich sagen. Hm, da rein. Füllen wir das Loch auf. Sehr schön, sehr schön. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Fieks. Fieks. Oh. Fieks. Also mit einem Schritt schaffen sie es noch zu attacken. Zack. Oder auch nicht. Ich dachte. In einem Schritt schaffen sie es noch zu attacken. Auch gewartet, ne? Dann Juschka ist ein guter Werfer. Muss man einfach mal sagen. Er ist ein insane guter Werfer. Nächster Runde müssen wir dann halt wechseln. Wurfgeschossen aufgebraucht. So. Okay, der hat irgendeine Rüstung an. Scheiße. Da sind meine Waffen irgendwie nicht optimal für. 95 und rollt ne 98. Alter. Ah. Sacred. Wir müssen noch mal drüber reden. Und dann. Oh. Oh. Jetzt ist der Hero nicht. Nicht gedingenst. Nicht gestunnt. Wir haben noch mal ne Runde um ihn zu stunnen. Bei uns. Oh. 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 Viele wieder. Das ist jetzt unangenehm. Ähm. 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 I guess. Da muss ich mal einen Schritt raus gehen. Liegt's mit denen erstmal tot. So. 95. Okay. Macht fast kein Damage. Na gut. Er hat den Kopf weggehauen. Aber. Alles nicht so optimal hier. Ja. Da ist meine Kopf ab. Oh. Der ist ja nicht gestunnt. Ja. Gut. Stimmt. Der war was. Er war was. Ja. 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 Oh. Umgepiekst. Jawohl. Er ist wieder gestunnt. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt wird's. Gefährlich. Äh. Der ist tot. Fix. Rotfeder übernimmt er mit die Ecke. Mach ihn weg. Ach Xeli. Da merkt man halt, dass er keinen Speer mehr hat. Aua. Der hat nicht so viel Rüstung. Der gute Sage wird hier unten. So. Du hast keine. Du brauchst deine Speer jetzt. Ja. Und gehst mal da ran. Der ist gestunnt. Ah. Das ist nervig. Bleib weg. Opfer. Ja. Du hast glaube ich auch nicht so viel Melee Defense. 13. Da würde ich jetzt nicht versuchen rauszusteppen. Das sieht gut aus. Mit rein darf ich noch schießen. Wenn ich da bin, kann ich sogar noch hier rein schießen. Aber gegen Rüstung soll ich vielleicht etwas anderes nehmen. Wir müssen dann anfangen den hier niederzudeuchen. Wahrscheinlich. Da du sonst eh nichts zu tun hast. Da unten wechselst du mit und deust auf ihn. Sehr schön. Den haben wir doch gar nicht benannt sehe ich gerade. Wir haben keine Optionen mehr den zu. Keine Ausdauer mehr. Wir hätten recoveren sollen. Scheiße. Wir müssen nicht so und recoveren. Der könnte halt jetzt richtig bitter werden. Der ist ja das letzte dran. Aber ich glaube da könnte ich richtig auf die Fresse kriegen. Bani stirbt hier mein Bruder. Immer den der näher dran steht. Au. Das hier tut echt weh. So du hast jetzt auch nichts mehr zu tun. Außer niederzudeuchen. Okay. Ja sieht jetzt ganz gut aus. Jetzt soll man die nächste Runde aber durchkriegen oder? Ja schön danke. Scheiße. Ich habe keine Ausdauer. Ach ich habe wieder nicht recovered. Ich Idiot. Ich habe hier mit Xan ein Problem. Die gehen halt jetzt beide auf ihn. Wer ist denn hier noch dran? Wer bist denn du? Du bist der und der. Ja gut. Da komme ich halt nicht dran an das hier. Ach scheiße. Ich müsste ihm halt das Schild nehmen eigentlich. Ja. Du musst recovern. Du musst ans recovery denken. Du musst shield warn. Du hast auch keine Ausdauer ne? Aber nicht so wirklich. Das A im alle keinen Fatigue dafür hat es 20 Fatigue kostet. Ein Rotfeder hat noch kein Recover. Ich brauche das Recover für die Kacke. Ja. Das hat fast kein Damage gemacht. Hat halt fast kein Damage gemacht. Hier dann Yushka. Let's go. Xan 1000 Kats gestorben. Weil ich gierig war. Das ist glaube ich der zweite oder dritte gute Bro der uns heute stirbt. Das können wir nicht machen. Das wirft uns viel zu weit zurück. Wir haben dann super viele Low Bros. Das geht nicht. Muss ich anders angehen. Hop 위해 ją zuwinnen. Wie ist her?